Hallo ihr Lieben, wir haben mal wieder ein Pasta-Rezept für euch ausgegraben und zwar dieses Mal mit Orangen und Radiccio. Und der verleiht dem Ganzen nämlich so eine leicht bittere Note. Für unsere Penne mit Radiccio brauchen wir ganz klar Penne. Wir brauchen Pinienkerne, Speckwürfel, eine Schalotte, Knoblauchzehe, eine Bio-Orange, Olivenöl, Radiccio und Pamsan. Die Schalotte pellen und kleine Würfel schmeißen. Dann schälen wir den Knoblauch und hacken ihn dann klein. Wir reißen Zesten von der Orange. Wir halbieren unseren Radiccio und schneiden den Strunk keilförmig heraus. Da ist noch ein bisschen. Dann schneiden wir ihn in schmale Streifen. Gebt die Pinienkerne in eine Pfanne ohne Öl und lassen sie dort, so, drei, vier Minuten dauert das meistens goldgelb rösten. Zwischendurch die Pinienkerne immer mal wieder schütteln, dass sie nicht auf einer Seite verbrennen. Dann geben wir unsere Nudeln in das gesalzene, kochende Wasser. Wir geben einen Esslöffel Öl in eine große Pfanne. Lassen es heiß werden. Wir geben auch die Speckwürfel in eine große Pfanne. Etwa eine Minute später können wir auch schon die Triebeln und den Knoblauch dazu geben. Jetzt müssen wir die Kalotte und den Knoblauch. Und lassen es wieder ein, zwei Minuten braten. Diese Speckwürfel haben Farbe angenommen. Jetzt kommt der Radiccio dazu. Den lassen wir jetzt zwei Minuten mitbraten, aber auf kleinerer Flamme. Die Nudeln haben wir abgegossen und geben sie jetzt tropfnass zu dem Radiccio in die Pfanne. Also umrühren. Wir geben jetzt die Pinienkerne dazu. Wir halten noch ein paar für die Dekore nachher übrig. Dann kommt der Parmesan. Auch davon halten wir ein bisschen nach, um das noch hier noch so zu streuen. Dann geben wir zu dem Ganzen noch zwei Esslöffel Öl. Und dann geben wir zu dem Ganzen noch ein paar Minuten. Wir geben unsere Pasta in einen großen, schönen Pasta-Teller. Das ist hier eben vielleicht. Das reicht. Wir geben ein bisschen Parmesan. Und dann darüber ein paar Pinienkerne. Und zum Schluss unsere vorwachen Schatzes. Das wär's. Und die Vegetarier unter euch lassen einfach die Speckwürfel weg.